Ich will das Intro gar nicht so lang halten Leute, ich hab das seltenste Item im Spiel gefunden, 1,2% Wahrscheinlichkeit und deswegen ist direkt irgendwie Alphastein zu mir gekommen und was dann alles passiert ist, das werdet ihr sehen Freunde, es wird geisteskrank rein, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und ich will hier 3333 Likes für dieses ultimativ kranke, spannende Video sehen Freunde und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Guckt euch das mal an, wie krass mein Charakter aussieht, aber mein Charakter wird gleich noch heftiger und noch krasser aussehen, denn ich hab einfach das seltenste Item, was es im Spiel aktuell gibt Freunde und zwar dieses Item hat eine Wahrscheinlichkeit von 1,2% die, die im Stream dabei waren letztes Mal. Die wissen genau worüber ich rede, ihr wisst wie viele Ancient Cities wir abgesucht haben deswegen, aber endlich war es soweit Leute, ich zeig euch mal ganz kurz, wie dieser Eindruck war, wie ich dieses Item überhaupt gefunden habe, Leute gönnt euch das und lasst jetzt direkt erstmal ein Like dafür da. Die Frage ist, jetzt hast du alle Kisten, da ist noch eine, oh mein Gott, SU, was SU, oh mein Gott, SU, ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt, oh mein Gott, SU, oh mein Gott Freunde, was, OMG Digga, Was, nein, nein, als ob, Bro, oh mein Gott, Leute, das ist das seltenste Item im ganzen Spiel in Minecraft, also es gibt kein selteneres Item als das, das ist das selten, wir haben das Spiel jetzt durchgespielt, es gibt kein selteneres Item als das, Ja, aber du, was brauchen wir nochmal, um das zu duplizieren? Damit habe ich mein Video auch für morgen schon, let's go Leute. Ihr habt's gesehen Freunde, ich war wirklich, ich war teilweise sprachlos, ich hab echt erstmal nicht realisiert, dass ich das Item gefunden hatte, aber Freunde, ich sag euch ehrlich, die Leute, die wissen das teilweise, im Discord wurde das schon rum erzählt, bei uns in der WhatsApp Gruppe, alle sind nicht mehr drauf klar gekommen, Alle wissen jetzt von diesem Item Bescheid und ich sag euch ehrlich, es wird so übertrieben krass, wenn ich dann endlich dieses gute Item hier erstmal multipliziere, Klar, du kannst es natürlich multiplizieren, aber solange nur ich das habe, Freunde, ist es egal, ich kann mir theoretisch das jedes Mal weiter multiplizieren, mit meinen Diamantblöcken und mit meinen Diamanten, aber wichtig ist es einfach wirklich nur, dass ich das Item habe, weil ich muss das ja kopieren, ich muss das viermal kopieren, Leute, und dann werde ich das irgendwo ganz tief verstecken, Leute, dass das niemand bekommt, am besten lasse ich das dann auch in meiner Endertruhe, Freunde, weil ich sag euch, dieses Item wird, denke ich mal, niemand irgendwie auf der YouTuber-Insel bekommen, auch wenn die jetzt suchen gehen, die müssen jetzt wieder Ancient City suchen, aber alles im Umkreis ist schon abgecheckt worden, die müssen jetzt wirklich eine neue suchen gehen, Leute, und ich würde mal sagen, wir müssen jetzt erstmal zu unserer Schmiede-Vorlage gehen, beziehungsweise zu unserem Schmiede-Blog, das war in dem anderen Haus von Blackjack. S.U., stehen bleiben! Alfie, äh, nicht Alfie, Ente, meine ich ja, Ente, was machst du denn hier? Was geht, S.U., was geht bei dir so? Ja, lange nicht mehr gesehen, also ich sag mal so, nachdem du mich verraten hattest und doch jetzt bei Alphastein anscheinend, ich weiß echt nicht mehr, ob du jetzt bei Alphastein im Clan bist oder nicht, die Hälfte sagt irgendwie nein, die andere Hälfte sagt, du bist clanlos, ich hab echt keine Ahnung, Bro, was ist jetzt, was willst du von mir? Hä, ich bin bei denen im Clan, die Wasserkriege hat mich Gefahr genommen und dann hat mich einfach wieder befreit, ich war mit denen gefahren. Bruder bei euch, denkst du, ich kann dann normal mit dir reden, du bist zu mir gekommen, ich hab dir geholfen und jetzt bist du im Alphaklan mit meinem Bruder da drin, was, was wollt ihr eigentlich von mir alle? Sei froh, dass ich jetzt nicht angreife. Hä, bist du neidisch, dass du nicht im Clan bist, hä, bist du neidisch oder was? Nein, ich bin nicht neidisch, was willst du von mir, warum bist du hierher gekommen? Du bist richtig neidisch, guck mal, du bist richtig neidisch, dass dein Bruder da drin ist und du nicht. Ach, lass mich in Ruhe, ich hab keine Zeit für dich. Aber weißt du, warte, 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 ich muss dich was fragen, ich hab gehört, du hast ein krass selbtes Item, du nutzt dir in Minecraft. Genau, und das wollte ich gerade mir geben, selbst, dass ich meine Rüstung quasi damit verzauber und noch schöner mache. Aber mit dir werde ich nichts zu tun haben. Ey, Bro, kannst du mir nicht eins abgeben, kannst du dich eins schüren? Bro, das Ding ist, ich werde das niemandem geben, sobald ich das mehrmals multiplizieren sollte und das im Umlauf von der YouTuber-Insel sein sollte, dann ist das Item doch nichts mehr wert, das macht doch gar keinen Sinn. Bro, checkst du das, die Wahrscheinlichkeit betrugt... Ja, aber wir sind doch Freunde und das wäre doch krass, oder? Freunde, du hast mir Messer in meinen Rücken gestochen, du warst direkt von einem Tag auf den anderen weg, ich war derjenige, der dich beschützt hat vor Alphastein. Was ist dann passiert, dann bist du abgehauen? Ich weiß, aber deswegen kannst du mir doch nochmal unter die Arme greifen. Ich sollte nochmal unter die Arme greifen. Soll ich nicht lieber deine Federn rausrupfen, du Hühnchen? Meine Federn rausrupfen? Ich bin kein Hühnchen, ich bin der Ente, weil was soll das sein? Das ist eine Beleidigung. Bro, alles gut, geh jetzt zu deinem Alpha-Clan und lass mich in Ruhe. Ich hauswarte, sehe ich aus, als wenn ich so... Ja, du siehst so aus. Jetzt geh. Bevor ich mir deinen Kopf hole. Ich bin heute gar nicht auf Beef hinaus, alles gut, lass mich. Du bist ja auf Beef hinaus und dann bist du so frech zu mir, beleidigst mich als Hohl, oder was? Normal bin ich frech zu euch, Bro, vor allem zu dir, du hast mich hintergangen. Ich hab keinen Grund, mit dir cool und korrekt zu sein. Ich hab dich nicht besiegt, nicht so angegriffen. Wo hab ich dich bitte schon hintergangen? Du bist nur sauer, dass dein Bruder bei uns im Clan ist und wir dich nicht im Clan haben. Ich will gar nicht zu euch zum Clan. Aber ich hab schon mitbekommen, dass ihr wirklich Scheiße baut auf der YouTuber-Insel. Ihr habt ganz viel TNT versteckt. Ich weiß auch, dass ihr irgendwie von Lukas wieder TNT genommen habt. Irgendwie so. Ihr habt irgendeine Kiste geheim gehalten, damit ihr die YouTuber-Insel kaputt machen wollt. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann gibt's eh kein Zurück mehr. Kann ich jetzt gehen? Brauchst du noch irgendwas? Nein, jetzt warte doch kurz, warte doch kurz, Essie. Wir reden doch. Ist das irgendeine dumme Falle oder warum willst du mit mir auf einmal so lange reden? Was ist denn eine Falle? Wo ist hier eine Falle? Guck doch mal. Der Himmel ist schön blau. Der Panda krass hier. Lass meinen Panda in Ruhe, Junge. Aber Essie, hast du die Vorlage dabei? Ja, hab ich, weil ich wollte das doch gerade. Oha, wirklich? Echt jetzt? Ja, hab ich. Hab ich nicht, Leute. Das sind andere. Wie, dieses Item soll ich dir jetzt zeigen? Hast du gerade Enderkristalle in deiner Hand? Ich hab gerade genau gesehen, was du in deiner Hand hattest. Bro. Was hab ich in meiner Hand? Ein Schwert, normal, Weber und tot im Weber. Denkst du, ich seh Alphastein nicht dort hinten? Hä, wo ist Alphastein? Ich seh nur Steine. Bro, da trinkt irgendjemand. Wollt ihr mich verarschen? Da trinkt irgendjemand einen Trank. Hä? Da trinkt niemand einen Trank. Warum läufst du von mir? Ey, wollt ihr mich gerade verarschen? Wollt ihr mich angreifen? Zu dritt oder zu viert oder zu fünft? Je nachdem, wie viele Leute bei euch im Alphaclan sind, oder was? Ey, was meinst du denn, Essie? Bro, ich seh nicht, was du meinst. Warum läufst du von mir weg? Hast du Angst, oder was? Bro, irgendjemand hat neben mir gerade was getrunken. Ich hab's genau gehört. Alphastein, was machst du denn hier? Hallo. Hallo, was willst du? Essen, ich hab jetzt noch schöne Items. Leute, ich muss auch passen. Er hat eine Enderkristalle. Ja, ich hab schöne Items. Ey, ich will nicht schlafen. Ach so, gleich, warum das? Wollt ihr mich angreifen, oder was? Essie, wir wollen nur mit dir reden, Ernst. Essie, wir haben Diamanten dabei. Bro, hätte er seine Enderkristalle dann nicht gezeigt, würde ich stehenbleiben. Aber so kann ich nicht mehr stehenbleiben. Pech gehabt. Was hast du gegen meine Enderkristalle, Essie? Und irgendjemand hat gerade neben mir was getrunken. Es könnte auch der Villager sein. Wir haben Diamanten dabei, Essie. Du hast... Bleib mal kurz stehen. Ich muss dich lauter machen, Alfie. Wir haben gehört, du hast so schöne Farben. Ja, ich hab das seltenste Item. Ich hab den seltensten Trimmer, den es gibt. Die geilste Vorlage. Was wird's jetzt von mir? Du brauchst das auch? Okay, dann such. Geh mal ganz viele Ancient Cities. Wir haben insgesamt über 20 Ancient Cities oder so abgecheckt. Und nur einmal dieses Item gefunden. Such mal vielleicht 20 weitere. Dann kriegst du das vielleicht. Ey, wir haben dafür doch gar nicht die Zeit zu suchen. Ja, wir müssen gar nicht mehr suchen, Ernst. Wir haben irgendwas vor, die wollen das. Ja, ich hab das. Okay. Gut, alles gut. Kriegt ihr dann irgendwann? Guck mal, wie der mich zubauen will. Ich will nicht zubauen. Essie, ich will doch nur... Ist das dein scheiß Ernst? Auf gar keinen Fall lass ich das zu. Essie. Du bleib doch stehen. Ernsthaft? Nein, ich bleib ganz bestimmt nicht stehen. Ich werd euch jetzt gleich angreifen. So ein Ding ist das. Essie, warum willst du nicht handeln? Warum nicht? Wir haben doch Diamanten dabei. Wir sind nette YouTuber von der YouTuber-Insee. Essie, wir sind ganz nett. Wir kommen in Frieden. Essie, wir wollen nur verhandeln. Hast du es wirklich? Kannst du mir kurz zeigen? Ja, kann ich zeigen. Aber dann... Wir haben 36. Ja, ich zeig dir das. Oh, ist wirklich cool. Zeig doch mal bitte. Zeig doch mal. Nein, ich zeig dir das nicht. Doch, zeig doch mal bitte. Ich hab's nicht gesehen. Du warst unter Wasser. Ja, mach ich gleich. Warte kurz. Ich glaub, der Lüb, der hat das gar nicht. Ich hab das doch gerade in meiner Hand gehabt. War das das Richtige überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, das war nicht das Richtige. Das war nicht das Richtige? Bist du sicher? Hier. Das war nicht das Richtige. Natürlich ist das das Richtige. Was wollt ihr von mir? Ich muss euch gar nichts beweisen. Was gab's? Zeig her. Ich hab's doch gerade gezeigt. Was willst du? Nein, das ist nicht das Richtige. Das ist das. Ich hab aber kein anderes. Ey, du uns reicht es jetzt. Du musst es raus. Ey, was geht ab, Zeu? Blackjack, lass. Ich sag dir ehrlich, die nerven mich gerade. Die wollen unser selben... Aber... Hey. Du bist ja einfach klein. Wir haben gehört, ab, Zeu hat einfach die krasse Trim-Template, was es auf der YouTube-Einsel gibt. Ja. Haben wir. Und jetzt die Leine. Warum hast du mich auch? Deshalb. Ich bin mein Bruder. Ey, das ist in die Leine. Was hat er dich gehauen? Was soll das? Wird so schlecht oder was? Ende. Ende. Ende, jetzt die Leine, Jungs. Haut ab. Ich hab keine Zeit bei uns. Ich hab keine Zeit bei uns. Seit wann ist der Alpha-Clan so weichflötig? Weiß ich nicht, Bro. Lass mal dir die Köpfe holen. Die nerven mich gerade. Lass mal dir die Köpfe holen. Au, die hin. Was, noch mal? Lass mal dir die Köpfe holen. Ich hab nichts gehört, weil Alpha-Stein so laut heult. Bro. Hä, wir haben unsere Köpfe holen. Die wollen uns in eine Falle locken. Das lass ich nicht zu. Ach so. Ihr wollt uns in eine Falle locken, ne? Ich merke... Guck mal, er hat ein Enderkristall in seiner Hand. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Wo, wo, wo? Dahin, der Ende. Der ist untergetauscht. Hallo, was ist hier? Hallo, Ruzik. Ruzik, du bist im Alpha-Clan? Ich bin im Alpha-Clan. Warum bist du im Alpha-Clan, Ruzik? Du bist mein Bruder. Hesjul. Hesjul, ihr putztet. Hesjul, ich hab ein Hör. Weil Marupt kaputt geht, nicht deiner. Was ist hier groß gerade, hä? Sieh, Leute. Ich hab mir wirklich getan, Ruzik. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Leute, die wollen mich safe in eine Falle locken. Ich weiß, ich überreagiere gerade vielleicht ein bisschen extra. Aber ich hab schon mitbekommen, dass die auf jeden Fall Welle machen wollen wegen diesem Item. Oha. Hörst du, woher läufst du weg, Esju? Ich lass das nicht zu, Jungs. Was wollt ihr von mir? Oha. Was ist hier los, Ed? Das hat sehr toll, woher wir getan, Esju. Ah, wollen wir zu. So ein Ding ist das. Okay, okay. Wisst ihr was, Leute? Auf fullernst wollen die? Kriegen die. Esju, ich hab mich sehr verletzt, Esju. Wirklich, das hat sehr wegezahlen. Ich hab meinen Arm. Hey, ich hab den Rund angegriffen. Greif ihn an. Ruzik. Schwer, Ruzik. Komm her. Hey, was ist denn mit Alphastein? Macht's schon wieder Combat-Logging oder was? Was für ein Ding? Drei gegen eins? Okay, ich merk schon. Was ist denn hier los, Ed? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich werd sogar angerufen jetzt. Was soll das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Max, 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 Max. Die sind hier. Ey, ja, ja. Heil dich, heil dich. Was ist hier los? Was ist hier los, Bo? Max, greif einfach den Alpha-Clan an. Vertrau mir. Ruzik ist auch jetzt bei dir. Hey, was greift der uns so an? Nerv nicht hier, Mr. Ente, lauf weg. Oha, pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiterkristalle. Oh mein Gott. Wie geht's? Es tut mir leid. Ruzik, du Idiot. Es tut mir leid. Du greifst mit Alpha-Clan an. Ich muss sie verteidigen. Die waren da. Ruzik, warum machst du sowas? Es tut mir leid, Ziu. Was ist denn hier los, meine lieben Freunde? Ich weiß es nicht, was hier abgeht. Das ist ja unfassbar. Warum sind ihr alle so im Wasser unterwegs, Jungs? Ihr könnt ja auch mal rausgehen, bisschen aus dem Wasser. Wir sind die Dreitaggrüder, wir kämpfen im Wasser. Ihr kämpft gar nicht. Ey. Hallo. Ich rieche mich gerade so sehr darüber auf, Leute. Das nervt so hart, dass ich nicht an meinen Mainz-Header bin. Du hast aber keine Chance gegen den Alpha-Clan aktuell. Mein Lieber. Ruzik, von dir hätte ich das nicht erwartet, Junge. Es tut mir leid. Ich muss sie beschützen. Ziu, es tut mir leid. Es tut mir leid, Ziu. Wo bin ich denn hier? Wo sind die anderen? Ruzik, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will lieber gegen die anderen kämpfen. Ich muss sie aber beschützen. Was soll ich denn machen, mein Lieber? Warum bin ich so langsam? Ich verlangsame dich, Ziu. Es tut mir leid. Bro, ich renne so langsam wegen dir. Ja, das ist nicht wahr. Blackjack. Ich weiß. Ich bin eine lahme Schnecke. Ich weiß. Ich weiß. Es ist langsam. Bro, was ist das hier wieder? Es tut mir leid. Ruzik, ich hasse dich langsam. Ekliger. Max. Ey, Blackjack war nicht. Blackjack. Ja. Wir sind im Wasser. Wir müssen Alfa helfen. Ich hab jetzt eins gesagt. Ja, aber die sind halt die ganze Zeit im Wasser. Das ist... Wachsen. Und ich muss nicht aufpassen. Zerco Blackjack. Ohne Wasser. Kämpie Manne. Nein, nicht. Kämpie Manne, Ziu. Ich muss... Milch am Batze, du Angsthasse. Halt deine Klappe. Zeig deine Stärke. So nix das. Ich hab mich eingegessen. Nimm das, Junge. Ich hab mich eingegessen. Und warm. Also, was machen wir? Ich weiß es nicht. Ja, Mann. Wo ist Mann? Ich bin ja kein Zeufer. Redjack, dein Pogen ist sehr stark auf jeden Fall. Freut mich für deinen Pogen. Komm schon, ich hab Alfa ein paar gute Hits gedrückt. Sehr gut. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wusst nicht. Der will wieder seine scheiß Änder-Kristalle platzieren, ne? Let's go. Jetzt. Warum wollt ihr zu dritt auf mich? Wo ist Max? Let's go. Wollt euch die Platte. Wir wollen nur ein schönes Geld für uns. Er darf nicht zum Wasser kommen. Er darf nicht zum Wasser kommen. Nein, Mann. Wo sind meine Teammitglieder? Ich bin genau... Du hast kein Team. Nur Alfa klein ist ein Team. Ja, nichts. So hast du sein Reizer geht kaputt. Blankjack! Sju hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wo ist Max? Keine Ahnung. Jungs, 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 Jungs. Meine lieben kleinen Schwächepfeile wirken doch, oder nicht? Ihr macht kein Damage, Jungs. Ihr müsst leider aufgeben gegen den Alfa-Clan. Guck mal, was für Tränke er benutzt und keine Ahnung was. Sju, es tut mir leid, aber irgendwie... Banks, kommt den Alfa-Clan an! Ja, ich hab Banks gerufen! Du hast ein Kraft, Bro! Banks wird uns helfen. Ja, ja, kommt doch ran, ey. Los, Angriff! Bande! Ich muss weg hier! Ja, wir sind hier, wir sind hier Banks. Komm, auf Ende, auf Ende! Ende schaut schon aus wie ein Taktus. wir haben sogar unterstützung vom enderman gar nicht gut Ich muss weg hier. Echt, wir können mal das Wind rollen. Ich habe das, dass ich die Wind rollen kann. Und jetzt erst einmal ein Wind rollen, dass das Wind rollen und dreamt, dass es nicht damit immer ein Wind rollen können. Und dann, hier ist es zu sehen, Und das ist die Wind rollen. Ja, ich habe ihn seinen Wind rollen. 1 Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich weiß, wo du bist. Ich hab dich gesehen da oben. Scheiße, Mann. Wo ist er? Mann. Wo ist er, Leute? Scheiße, Mann. Vielleicht kann der Kollege mir helfen. Er muss hier irgendwo sein. Der hat sich irgendwo in der Erde versteckt, der Idiot. Hier, dann gehen wir die anderen holen, Leute. Scheiße, Mann. Guck mal, der Enderman ist auch hier gerade am chillen. Ich muss schnell zurück, Leute. Ich muss schnell zurück. Ich muss aufpassen, dass meine Rüstung nicht kaputt geht. Scheiße, Mann. Das ist gar nicht gut. Ey, das regt mich so auf, Leute. Da haben wir endlich mal einen richtigen Fight. Und ich bin an irgendeinem... Nicht mal mehr im Setup, Mann. Das triggert mich so hart gerade. Alles wegen dir. Wir wollen doch nur ein Template haben, wenn nicht. Kein Fehler, seine Sachen sind fast kaputt. Wir müssen doch alle aufzahlen. Wir müssen die Diamanten verschwenden. Und dann holen wir alle das Penz Template. Ist doch gut, oder nicht? Komm, wir holen uns Einversteinen, Bro. Let's check nicht ab. Wir haben ihn gleich. Sue, du musst reden. Ich rede gerade die ganze Zeit. Sorry, wo ist er? Wo ist er? Hinter dir, hinter dir. Moin. Wir haben ihn gleich. 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 Ey, du hast die Toilette gebaut, Benzer. Du hast mir die Schuhe geschirrt. Ey, ich habe auch keine Toilette gebaut. Du hast es. Du hast du eine Toilette. Du hast die Toilette gebaut. Oh, der versteckt sich doch immer wieder oben. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er gerade auf sich alleine? Stell dir alleine. Ja, das ist das Ding. Boah, das wäre so wichtig, ihn zu killen. Bro, Ent ist mir so knapp entkommen. Ich checke das nicht. Nein, SU, das wäre so wichtig gewesen. Hier ist er, hier ist er. Auf Lachen, auf Lachen. Aber leidet uns nicht, Blackjack. Bro, du hast mich gerade mit vier Leuten angegriffen. Was laberst du? Hallo, Freunde. Wie geht's euch? Die ganze Familie ist da. Ey, Bro, er kann nicht mehr viel Rüstung haben. Seine Rüstung muss bald kaputt sein. Seine Rüstung muss bald kaputt sein. Sie können sich nicht bekommen, Freunde. Leute, ich bin ein Beyblade. Ihr, lasst uns alle Mike auf Lucky Blatt spielen. Lass uns auf den Lucky Blatt spielen. Bei Lucky Blatt kann ich euch komplett fertig machen. Da kann ich nicht so abfahren. Versteht ihr? Leute, der Kampf hat keinen Sinn. Geht uns einfach das Template. Ihr müsst nicht sauer sein. Wirklich. Niemals gebe ich dir das Item. Niemals. Oh, niemals kriegst du das. Meine Herzen sind voll, Leute. Ihr habt doch außerdem schon Design. Wieso macht ihr jetzt so Auge auf ein neues? Er hat das Krasseste. Das sieht voll schön aus. Ihr könnt nicht einfach jeden angreifen, wie ihr wollt. Bölson, lass uns das aufreißen. Komm, ihr Hund. Das schmeckt so rum. Ey, Mann. Bölson. Der Dreizeit muss auch bald kaputt sein. Lass uns das aufreißen, Leute. Wir besiegen alle Esti und dann haben wir alle schöne Rüstung. Okay, wir sind eins fair auf. Ja, ich krieg's und dann sind wir alle glücklich, okay? Ja, deswegen besiegt Esti und du bist die einzige Mal. Wir kämpfen nur wegen Esti und du. Wo sind eigentlich deine Kollegen? Die haben dich anders verraten. Ja. Wo ist der Alpha-Clan jetzt? Hier, hier. Ja, Leute. Wo ist der Alpha-Clan, hä? Ah, da ist Ente. Ente ist da. Ente ist da. Ente ist rüstung, ist fast kaputt. Wo ist Ente? Wo ist Ente? Ente, da ist er, da ist er, da ist er. Ente, da ist er. Wo denn? Da unten? Ja. Den haben wir safe, safe. Das ist doch Alpha-Stein. Achso, ich dachte, es wäre Ente. Wo ist Ente? Hier hinten, hier hinten. Schnell, Ente hat keinen Dreizack. Ja, jetzt schnell. Ente gehört uns. Ente gehört uns. Einte! Ente! Er hat keinen Dreizack, Leute. Hinterher, hinterher, hinterher. Los, los, los. Pass auf, Erz, hier seine Enderkristalle. Der kann nix. Die haben Vergiftungspfeile, ne? Hinterher. Hinterher. Hat der keinen Dreizack, oder? Nee, hat er nicht. Er hat keinen Dreizack, ne? Ich bin ab, ich hab keinen Dreizack. Ente! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Der ist safe. Boah! Das war sein Totem, sein Totem, sein Totem. Schnell, 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 hinterher. Sein Totem, sein Totem! Er kann nicht mehr viel haben. Sorry, Max, das war eigentlich auch so sehen. Ich wollte dich attackieren. Kein Stress, kein Stress, kein Stress. Macht euch einen Totem rein, ne? Weil Enderkristalle kann euch one-shotten. Schnell hinterher, schnell hinterher. Der Idiot hat sich selbst gekillt. Hinterher, wir haben ihn gleich. Seine Rüstung ist auch fast kaputt. Er hat keinen Totem mehr in der Hand, ne? Alpha Clan down! Alpha Clan down! Wir nehmen gleich seinen Kopf und seine Rüstung. Ich habe gar keine Ahnung, aber er ist mir viel zu frech. Für die Aktion wird er auf jeden Fall draufgehen. Er ist im Wasser. Wir haben ihn gleich. Ja, ja, da ist er. Ja, jetzt haben wir ihn. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Alpha ist gequittet, der hat dich verkauft. Kämpfen gegen euch! Ich bin Hubskin! Meine Rüstung ist sehr gleich tot! Der Idiot war auf, bevor sie kaputt geht, sag ich dir ehrlich. Soll ich kapitulieren oder was? Kipp dir doch auf! Ja, Rüstung ausziehen und dich killen lassen. Nein! Entweder Rüstung kaputt oder du kaputt. Was? Spür noch mal mein Giftball, Junge! Hahaha. Bro, wie viel hält der denn aus? Ich weiß auch nicht, wieso die so viel Damage bei uns machen, aber wir gar kein Damage. Hat der einen Stärk gefangen? Lass ihn nicht raus, lass ihn nicht raus, lass ihn nicht raus. Haltet ihn unten drin fest. Ryan muss gleich down sound, ey, muss down sound. Er hat so viele Hits. Leute! Alfa, rette mich! Rette mich! Lauf doch, Mann, Entel auf, wie ein Vogel! Du kannst ihn nicht retten, du kannst ihn nicht retten. Ich weiß schon, ich bin auf gegen dir! Entel auf! Antwort das Wort, glaube ich! Geh auf, Leute, geh auf, Leute, geh auf! Ich schau dich schon weg, in deinem Fall! Auf, Entel, auf! Schwimm! Schwimm! So irrenloser. Alter, wie auf, Mann, auf dich schlopfen! Geh in die Welt rein, da lass die Falle! Und dann geh lieber nicht rein! Hey, aber warum ist hier eine Base im Gürtel? Was ist das hier für eine Base? Entel! Was soll das so, Alfa? Hau ab, einfach! Ich glaube, das ist so sad, Alfa! Und Entel, wie viele tote Taten noch? 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 Meine Rüstung ist fast kaputt, wegen Rüstung, weil Rüstung am meisten Damage gemacht hat. Halt, du bist so! Hörte, du Loobmann! Was, du Loobmann, Freund? Kepp gegen 3,9! Oh, ich hab nicht getroffen, nein, sie! Hörte! Nice, 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 nice! Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich! Wir haben ihn gleich! Ja, sag, sag, sag! Links lang! Einfach drüberjumpen! Hier, hier, hier! Oh, ist das kaputt gegangen? Jetzt kommen wir hier! Jetzt kommen wir hier! Jetzt kommen wir hier! Jetzt down! Jetzt, jetzt, jetzt holen wir ihn! Jetzt holen wir ihn! Und? Bam! Oh, sorry! Ich hab, glaube ich, den fünften Vergiftungsteil von dir gepreist, oder so. Du bist vor mir! Alter, dein Helm ist kaputt! Ja, was soll ich denn machen, Alfa? Das war mein Helm, Leute! Das kriegt jetzt richtig fett Schaden ohne Helm, ne? Ja, komm! Lass ihn rum! Ich hab ihn bohnen getroffen! Er brennt! Ja! Alter, ist das so nervig, man kann hier nicht laufen, ne? Hör vor, ich schulde ihm mein Nester-Ride! Bro, ich schulde ihm gar nichts! Gebt ihm mein Nester-Ride zurück! Du bist noch gleich kaputt, nein, ne? Jetzt! Wie lange hält er aus? Krass! Änte! Bau dich ein, und so! So ist fach, Alfa! Wir kämpfen alle drei, gegen dich! Dräng dich mal mehr an, Ente, wirklich! Ente, brauchst du totem, ich hab totem! Ich kann sowieso nix mehr machen, Alfa, und das war's für mich! Ente, ich hab totem! Mein Schwert! Ich schwirr mal vor! Dann gehen wir mal seine Schuhe, die... Egal, seine Schuhe sind gleich kaputt, dann schießt er mit drei Schuhen totem, ne? Ey! Nein! Nein, ich hab mein Schwert gedroppt! Nein! Ich wollte mich entmuten, Leute, und da hab ich außer See mein Schwert gedroppt! Ich hoffe, jemand von denen hat das gesammelt, das war so wichtig! Oh oh! Nein, ich hab mein Schwert gedroppt! Egal, da mach ich mir schnell ein neues! Alfa, ich glaub, du dich jetzt verziehst, mein Ernst! Esju, bitte, Esju, wir brauchen dich! Max! Kannst du kurz in deinem Inventar gucken? Ich glaub, du hast mein Schwert aufgelootet! Nein, hab ich nicht, hab ich nicht! Ich hab's nicht! Banks, hast du's auch nicht? Nee, nee, ich hab's nicht! Ey, Jungs, wir dürfen ihn jetzt nicht entgehen lassen! Nein, ich kann's nicht! Ja, es ist weg! Hier unten! Warte, schwimm weiter, schwimm weiter! Wir können immer alles drehen! Wir können immer alles drehen, okay? Warte! Nächster Totem! Er hat noch eins, ne? Von wegen hat's keine mehr! Wo ist Russik? Wo ist Russik? Hilfe! Dann mit Dreizack eben, dich kaputt machen! Der tankt so übertrieben viel, ich checke das nicht! Lass ihn in Ruhe jetzt! Selbst meine Rüstung ist schon halb lau! Ja, ich checke nicht, wie die das machen! Ich bin super stark! Er hat zwei Millionen Schläge... Aber Gott! Aber Gott! Das ist weg, jetzt haben wir ihn! Jetzt haben wir ihn! Jetzt haben wir ihn! Nein, Alter! Nein, Alter! Alter, rette mich! Bitte! Ich hab keine Ahnung mehr, Alter! Ja, noch eine Tote! Ja, noch eine Tote! Alter! Ich kann nichts machen, Alter! Noch eine Tote! Jogi, wie hat der? Noch ein... Ja, das war ein... Alter! Alter! Let's go! Muss ich aufmachen? Geie! Wooo! Let's go! Alter, er hatte zehn Tote! Jetzt ein Kassier! Ja, Mann, Ende! Geht's halt schon! Geht's halt schon! Geht's halt schon! Freunde, wo ist mein Schwert? Scheiße, Mann! Ich hab mein Schwert irgendwo verloren! Der Eklige! Der hat nicht zugelassen, dass wir seinen Kopf bekommen! SU Space ist, glaub ich, die nächste! SU, hast du einen Kolben schnell, damit wir den Kopf haben? Ja, aber er hat doch den Kopf abgebaut! Nein, hat er nicht! Der ist da noch! Ach so, der ist da noch! Okay, okay, warte, ich mach das! Ich mach das! Ich hab doch schon alles! Ich hab alles! Ich hab alles! Ich mach schon! Wichtig, Leute! Ehrenentwender! Oh mein Gott, Leute! Ich komm nicht drauf klar! Mein Schwert wurde einfach gedroppt! Ich hab das Schwert jetzt von ihm erstmal genommen! Geil! Ich hab seine Pickaxe geklaut! Ey, wir haben ihn komplett hops genommen! Der hat nichts mehr! Warte, falschrum! Wichtig! Ganz, ganz wichtig! Also, Leute, wenn irgendeiner von uns allein ist und angegriffen wird, direkt in meinen Chat schreiben! Das ist echt, äh, ganz gefährlich sonst! Ganz gefährlich! Bruder, das geht seit 20 Minuten oder so, so! Das ist ja abnormal! Ja, du kannst die Leute halt erst killen, wenn die, wenn die Brustplatte weg ist, ne? Okay, Jungs! Du musst das hier, glaub ich, reinbauen, oder? Und? Komm schon! Aktivieren! Das geht, glaub ich, im Wasser nicht, oder? Da ist kein Hebel dran! Du brauchst irgendwas! Einen Hebelknüpf! Hä? Doch! Ich hab einen Hebel gerade rangemacht! Du weißt, es ist Wasser, wegen Wasser geht das nicht! Nein! Wir müssen schnell einen Hebel machen! Warte, wir können ja zubauen! Das ist kein Problem! Lass schnell zubauen, ja! Lass kurz Luft holen, Achtung! Einer muss sich da mal reinstellen! Ja, warte ich mal! Warte, ich hab voll Luft, ich hab voll Luft! Bist du drin? Ja! Okay! Wir brauchen jetzt noch einen Hebel! Ja, aber er hat jetzt trotzdem Wasser drin! Warte mal, hat jemand eine Tür? Ich weiß wie, ich weiß wie, warte! Warte, ich hole, ich hole Holz für eine Tür! Achtung, da kommt einer! Oh, Jungs! Geht ein einziges Bier! Geht ein einziges Bier! Geht ein einziges Bier! Digga! Geht ein einziges Bier! Geht ein einziges Bier! Digga! So ehrenlustiger! Hier mit allen drei Zwecken! Mann, muss ich hier zu holen! Was redest du? Mann, ich muss echt aufpassen! Meine Sachen sind... Jeden einziges Bier! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, mein Helm ist fast kaputt! Du musst aufpassen, Leute! Oh mein Gott! Scheiße! Ich kann jetzt nicht mehr schwimmen, Leute! Ich habe keine Atmung jetzt mehr! Wie viele Minuten haben wir noch? Sieben Minuten, okay! Ich mache schnell einen Hebel! Okay, ich habe Hebel gemacht, Leute! Wir müssen jetzt sofort zurück und ich muss echt aufpassen! Ich habe keinen Helm mehr gerade! Oh mein Gott, habe ich mich erschraubt! Da ist ein Kopf! Da ist einfach sein Kopf! Hä? Da war einfach sein Kopf! Wahrscheinlich hat das geklappt mit dem Hebel! Wir probieren es noch einmal! Haben wir jetzt zwei Köpfe oder was? Okay, ne, hier ist auch kein weiterer Kopf, oder? Egal, Leute! In meiner Sammlung habe ich einen neuen Kopf! Let's go! Wichtig und richtig! Lass uns direkt zurück! Aber ich muss eigentlich meine Sachen heilen, Leute! Ich darf jetzt nicht mehr fighten! Ich darf jetzt nicht mehr fighten! Wo sind die denn? Oh mein Gott, Freunde! Alles nur wegen diesem... Also nicht deswegen wegen dieser Schmiedvorlage, sondern wegen der anderen Schmiedvorlage ist das passiert! Es regt mich so auf, dass ich nicht an meinem Main Setup hier zocken kann! Guckt euch diesen Hintergrund mal an, Leute! Was ist das? Ich will doch an meinem Main PC richtig mit den Fighten! Guckt euch die Qualität mal an! Okay, Leute! Ich habe gerade Blackjack geschrieben, wo er ist bei Paul Berger Hills! Ihr habt gesehen gerade, wie die Insel jetzt aussieht! Also unser Platz! Katastrophe! Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an! Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal ohne meine Items dahin! Oder wisst ihr... Oh mein Gott, Freunde! Ich weiß genau, wie ich dahin gehe! Wir werden ganz schnell unsere Sachen reparieren gehen! Das wird ja schnell gehen, Leute! Oh mein Gott! Das ist so schlau, was ich jetzt machen werde! Weil vielleicht kämpfen wir direkt gleich weiter! Das aufsetzen! Und alles füttern! Ich muss direkt los, Leute! Ich muss direkt los! Die brauchen mich, Freunde! Die brauchen mich! Das ist so wichtig! Die sind gerade in Gefahr! Ich muss mich beeilen, Leute! Ich muss sofort schnell dahin! Meine Rüstung muss sich schneller heilen! Ich glaube, ich muss die Kür angreifen, Freunde! Anders geht es leider nicht! Wir müssen die Kür angreifen! Die Kür, die Kür, die Kür! Schnell hier durch! Ich lasse das einfach alles offen, Freunde! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Max braucht uns! Schnell, 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 schnell! Okay, Leute! Wir müssen raus! Wir müssen direkt raus jetzt! Wir müssen sofort raus! Wo ist mein Wassereimer? Ich habe gar keinen Platz mehr in meinem Inventar! Schnell die Items wegbringen! Das sollte jetzt erstmal reichen! Meine Schuhe sind leider nicht komplett voll, Leute! Aber egal! Ich muss jetzt Max retten gehen! Wir nehmen noch ein paar Giftpfeile mit! Ganz wichtig! Das kann weg! Die sind bei der XP-Farm! Da müssen wir direkt dahin, Leute! Drei Köpfe schon! Sehr gut! Okay, Leute! Lass uns direkt schnell zu der XP-Farm von Max gehen! Okay, Leute! Da hinten ist die Base! Ich habe eben gerade echt lange suchen müssen! Aber da hinten ist die Base! Beziehungsweise die Farm! Wie sollen wir jetzt da hoch? Wie sollen wir da hoch? Ich schreibe ihn mal ganz schnell! Nein! Die haben die Farm zerstört! Wie sollen wir jetzt da hoch, Leute? Ich muss mir was einfallen lassen! Wie kommen wir jetzt da hoch? Ich könnte versuchen durch das Feuer irgendwie hoch zu schwimmen! Nein! Okay, Max! Seine Rüstung ist fast kaputt! Er soll da nicht kommen, Leute! Seine Rüstung ist fast kaputt! Kann das mal endlich schneller runterkommen? Ich habe ne Idee! Ich hoffe, die hören das nicht! Leute, das ist sehr riskant, was ich hier mache! Das könnte aber klappen! Das könnte echt klappen, Freunde! Digga! Meine Rüstung ist fast voll nach dem ganzen Fight! Deine ist kaputt! Ey! Hast du doch Halbarkeit drauf? Ja! Was? Ey! Wo ist deine Lava? Ja, 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 ja! Wer kommt da? Da ist jemand! Wer sucht die Ärger! Wollt' ich schnell durch! Wollt' ich schnell durch! Wollt' ich schnell durch! Wer ist denn? Wir müssen angreifen! Wir müssen angreifen! Mit viel Schaden in der Lava! Wenn Rüstung voll ist, dann schaffe ich den nicht! Max! Das war Max! Scheiße, Mann! Ich kann alleine nix machen! Wenn Rüstung seine Rüstung voll ist, kann ich dann nix machen, Mann! Schade, Mann! Scheiße! Wir haben vielleicht den Kampf gewonnen, aber wir haben jetzt die Base dadurch verloren! Ich kann dann nichts alleine machen! Vor allem nicht an dem Setup! Nicht gegen Russik und Alphastein! Russik ist eh viel, viel stärker als Alphastein! Und wenn die zu zweit mich dann angreifen, ohne dass meine Sachen voll sind! Mit Stärke tragen und Gift trinken und was weiß ich, was die noch alles haben! Freunde, wie gesagt, den Kampf haben wir vielleicht gewonnen! Aber wir verlieren dafür die Creeper-Farm und das tut übertrieben weh! Max ist auch schon offline gegangen, Banks auch! Hallo? Lukas? Was geht? Bro, du hast alles verpasst gerade! Du weißt nicht, was vorgefallen ist! Max hab schon erzählt, dass wir riesen Fight hatten! Wir haben den Kampf gewonnen, aber dadurch verlieren wir jetzt leider die Creeper-Farm! Echt? Ja! Guck dir doch mal an! Guck dir doch mal an, wie das hier aussieht, Lukas! Ja, ich muss mich bei Alphastein entschuldigen! Bro, habt ihr jetzt gerade Krieg richtig? Du musst dich bei Alphastein entschuldigen? Ja, wir dachten, er hat bei uns eine Toilette in die Base gebaut, aber es war Dr. Banks jetzt gerade zugegeben! Banks war das? Das war aber ein kleiner Brank oder so, wenn dann überhaupt! Ja, aber deswegen haben wir wieder Stress beim Alphaclan! Wir waren gerade neutral! Letzte Folge sind wir neutral geworden! Wir haben uns ausgesprochen! Und er schreibt ein Schild hin, dass der Alphaclan war! Okay, ganz klar! Und jetzt habe ich den tot und uns geklaut! Bro, ich habe gerade so übertrieben andere Sorgen! Du weißt gerade gar nicht, was passiert ist! Die ganze Base ist von uns komplett kaputt was! Guck dir mal an, wie das bei uns aussieht! Das, was Blackjack errichtet hat! Und jetzt haben die sogar die Creeper-Farm kaputt gemacht! Man kommt nicht mehr hoch, oder? Man kommt nicht mehr... Also ich habe versucht, mich durch das Feuer hochzusliden, ne? Aber das Problem ist, Rustig wartet dort oben! Alphastein ist kein Gegner, kein Problem! Aber dass Rustig jetzt auch im Alphaclan ist! Bro, das hat mir ohne Witz auch den Rest gegeben! Wir haben dem immer vertraut! Und jetzt das! Aber ey, ich gehe mal kurz mit den Reden, okay? Ich habe ein ganz gutes Gefühl bei Rustig! Rustig verarscht mich schon seit Tag 1, irgendwie habe ich das Gefühl! Ey, glaub mir! Glaub mir, Bro! Rustig kann man auch nicht trauen! Der hat doch direkt neben unserer Farm, hat der Villager gemacht! Das Ding ist, er tut so, als ob er ein guter Freund ist, da macht er Faxen! Aber alles gut, ich will euch gar nicht mehr aufhalten! Geh ruhig! Ich gehe mal hoch mit dem Quadratius! Geh deine Bestimmung mit daher, mein Junge! Pass auf den Team auf! Banks hat leider keine Rüstung mehr! Wer hat keine Rüstung mehr? Banks! Der hat gerade mit der Rüstung mit uns gefightet! Ja, ich habe den ausgehend, ich habe den wieder zurückgeholt! Eben gerade, oder was? Ja, hab mir den wieder geholt! Der hat jetzt gar keine Rüstung mehr! Okay, weiß Bescheid! Gut! Leute! Vielleicht sollte ich den nochmal ein bisschen ausspionieren gehen! Er hat gerade zugegeben, dass er es war! Ja! Warte mal! Die gehen auf echt mit den Armen zu viert, man! Junge, da stand ein Schild drauf! Da stand ein Schild drauf, dass ihr das wart! Nein! Die haben das Wasser weggemacht! Die haben das Wasser weggemacht, Leute! Aber ich habe zum Glück das Wasser wieder platziert! Nein, nein! Weißt du was du machen musst? Einfach Blöcke davon, dann können die nie wieder raus! Bro, das ist unfair! Die können nie wieder dann raus! Die können doch nicht Rast bauen! Sehr gut! Was können die schon bauen? Guck mal! Das ist doch folgendermaßen! Okay! Ich muss sagen, Sue und Ente, die haben sich da irgendwie über eine Tarnung unterhalten! Bitte! Deswegen ist auch jetzt zum Krieg gekommen! Sie haben ja gebraucht! Hey! Hey Blackweilben! Aber da haben wir halt nichts mit ihm! Weg mit ihm! Da wollen wir auch nicht mit ihm reden! Wir wollten mit Kesslerz reden! Wir wollten dir! Wir wollten es nur verdoppeln und ihn dann zurückgeben, weil... Hätts nur verdoppelt! Also, Jungs! Also, mit der Sache haben wir eigentlich gar nichts zu tun! Ich wollte einfach nur einmal sorry sagen! Und wie gesagt, wir sind neutral! Wir haben auch mit der Situation gar nichts zu tun! Ja, Alter! Geh mal! Geh mal! Was zum Armin? Ja, egal! Wir wollten uns nur... Entschuldigen bei euch und äh... Alfie! Ah, sie wollen! Wo ist der? Der ist irgendwo! Ja, keine Ahnung! Wir sind wieder weg! Würde ich deine Tote im Versteck woanders machen! Hab ich schon! Ich hab alles versteckt! Hast schon gesehen im Video! Weil das tut mir leid, Bro! Das tut mir wirklich dann leid! Ist egal, Armin! Ist okay, Leute! Ist okay, Leute! Okay! Und... Jukas und Armin zusammen? Die nimmt ihm die Sachen weg, Mann! Haben wir schon! Guck mal, er hat gerade einen Rüstung gemacht! Benx hat... Nein! Benx hat gerade keine Rüstung mehr! Wir riemen alles weg! Oh, Benx! Ja! Ja! Auf ihn! Sehr gut, Freunde! Auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Nein! 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 Einfach klar! Einfach klar! Hört doch auf die ganze Zeit Scheiße zu machen! Hört doch auf die ganze Zeit Leuten was zu klauen! Wasser Krieger! Wasser Krieger! Stopp, Banks! Stopp, Banks! Stopp, Banks! Stopp, Banks! Er ruft Wasser Krieger! Alle gegen Banks! Ne, nicht alle gegen Banks! Und wir haben mit euch gar nichts zu tun! Wir sind auch! Das müsst ihr selber klären! Dann haben wir nichts mit am Hut! Ciao! Lass einfach wieder abbauen haben wir! Tschüss, Freunde! Ne, nicht Freunde! Hey, wir arbeiten mit den Wasser Kriegern gut zusammen! Wir können gleich einen Blackjack holen! Der ist ja doch irgendwo! Wir arbeiten wirklich zusammen! Ja, der ist hier! Der ist gar nicht immer so mit meiner Russik! Blackjack ist da! Hey, Russik, pass auf! Der ist hier! Der ist hier! Der ist hier! Sag mir Scheiße! Liga, not bad Russik! Ekliger! Blackjack, du kleiner Wendel! Er denkt nicht für einen Blackjack oder was? Hat er gerade das Haarboot gesagt? Der ist hier lieber, ne? Gut, gell? Abhauen! Abhauen! Ja, das kannst du sagen! Schade! Ja! Gut, Leute! Man muss echt sagen, ich bin echt verwundert über die Ereignisse gerade! Warum ist AlphaClan mit den Wasserkriegern gerade zusammen? Ich checke das nicht! Wir haben jetzt vielleicht dadurch ein paar Informationen bekommen! Aber! Irgendwie ist an der ganzen Sache was faul! Ich bin trotzdem zufrieden, Leute! Ich habe einen weiteren Kopf dadurch bekommen! Ich habe jetzt sogar den Kopf und endlich! Ich habe jetzt drei Köpfe in meinem Besitz! Das ist schon mal sehr geil! Ich werde mich jetzt wieder ausrüsten! Ich werde komplett wieder ein paar Apps für mir ready machen! Ich werde mein Inventar komplett nochmal reparieren! Weil so geht das nicht weiter, Leute! Ich muss auf jeden Fall was dagegen unternehmen! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen! Lasst auf jeden Fall! Liked, aktiviert die Glocke, Freunde! Ich glaube, die nächste Zeit wird es sehr, 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 sehr interessant auf der YouTube-Insel! Haut rein! Habt noch einen schönen Tag! Wir sehen uns! Peace!